Mehr als 25 Monate führt Russland Krieg gegen die Ukraine und wir wollen uns auch heute die militärische Lage im Land ansehen. Und wir fangen an mit diesem Monsterpanzer oder dieser Panzerschildkröte, wie einige dieses Ungetüm an Panzern nannten, was am Sonntag zum ersten Mal eingesetzt wurde von Russland. Denn dieser allererste Helmpanzer, wie einige sagen, ein Panzer, über den komplett ein Käfig gespannt ist, eine Art Garage, die mit ihm mitfährt. Dieser Panzer wurde von der Ukraine mittlerweile schon wieder zerstört. Wir schauen uns kurz nochmal den Hergang an dieses Fahrzeuges und wir sehen hier ein russisches Propagandavideo vom Sonntag. Und auf diesem Video sehen wir eben das, was wir bisher nur aus ukrainischer Sicht gesehen haben. Nämlich wir sehen diesen Monsterpanzer, wie er hier unten in Richtung Krasnohurivka sich eben bewegt, wie er aus Donetsk heraus eben in die Richtung fährt, entlang dieser Eisenbahnlinie. Und jetzt sehen wir es ganz genau. Ich hoffe, wir können es mal kurz anhalten am richtigen Ort. Hier ist ja also ganz gut zu sehen, das erste Fahrzeug hier, was aussieht wie ein weißes Paket oder ähnliches, ein Karton, der dort fährt, gefolgt von Panzern und Schützenpanzern. Und wir sehen jetzt hier relativ gut, jetzt sieht man es noch wesentlich besser, dass dieser Panzer also komplett bebaut war. Ich hoffe, man erkennt es mit einem riesigen Stahlkäfig außenrum. Und das Einzige, was vorne rausguckt, ist eben das Panzerrohr. Aber dieses Panzerrohr, und das hatten wir schon gestern gesagt, ist eben kaum zu benutzen, weil dieses Monstrum allein zum Truppentransport gedacht ist. Das heißt, natürlich kann man theoretisch auch damit feuern, wenn denn überhaupt Munition beladen wurde. Allerdings eben nur in eine Richtung, weil der Richtschütze natürlich ein ganz schweres, ein ganz eingeschränktes Sichtfeld hat und auch der Turm mit dem Rohr überhaupt nicht bewegt werden kann in irgendeine Richtung. Nichtsdestotrotz, wir sehen uns dieses Ungeheuer an, was eben drei weitere Panzer und Schützenpanzer in die richtige Richtung bewegt hat und dann eben es tatsächlich auch geschafft hat, eben bis nach Krasnohorivka vorzudringen. Das war also das erste Video, was wir gesehen haben, was jetzt im Nachhinein erst von den Russen veröffentlicht wurde, um eben zu zeigen, ja, wir sind sehr stolz darauf, dass diese, obwohl es hier Treffer gibt, dass eben dieses Monstrum hier weiterfährt. Wir haben aber dann interessanterweise vom Tag danach diese Aufnahmen gekriegt. Und diese Aufnahmen sind ebenfalls von russischen Propagandisten, die uns eben zeigen wollten, so sieht unser Meisterwerk russischer Ingenieurskunst aus der Nähe aus. Aber die Russen haben hier offenbar völlig vergessen, dass es heutzutage viele, viele Analysten gibt, auch natürlich einmal Journalisten, einmal Leute von Denkfabriken, aber natürlich auch im ukrainischen Geheimdienst, die sich diese Aufnahmen hier ganz genau ansehen und dann eben sich genau ansehen, was ist das denn, wo ist das denn, wo könnte denn der gestanden haben und wo können wir ihn theoretisch eben auch angreifen. Und wir sehen uns das hier mal an, hier also dieses Monstrum, was hier, wir hatten es schon gestern gesagt, eben diese doppelte Panzerung hat, dass also wenn draußen eine Kamikaze-Done durchschlägt, dass dann eben innen noch ein weiterer Schutz existiert. Aber wir sehen mal vor allem hier nach oben, und das ist ganz interessant, hier diese Dachkonstruktion. Ich zeichne dir einfach mal ein, eins, zwei, drei gehen hoch und einer ist schräg. Diese Hallen, die gibt es eben gar nicht so viele in der Nähe von Krasnohorivka und somit eben im Westen der Großstadt Donetsk. Und insofern war es für die Ukrainer relativ einfach, anhand dieser von den Russen veröffentlichten Aufnahmen eben zu sehen, wo ist denn das, wo müssen wir denn bombardieren, wo müssen wir suchen. Und genau das hat man auch getan. Dieser Ort hier befindet sich etwa fünf Kilometer entfernt von Krasnohorivka. Und wir sehen jetzt hier gleich mal eingezeichnet eben auch von den ukrainischen Drohnenoperatoren genau den Panzer, den wir gerade eben gesehen haben. Und dieser Panzer wurde ja hier bereits markiert, was aber nicht markiert wurde. Und das können wir uns mal ansehen, ist das, was wir eben schon gemacht haben. Nämlich hier, es geht einschrägen und dann eins, zwei, drei. Das heißt, wir haben genau die Perspektive, beziehungsweise genau die Dachkonstruktion, die wir gerade im Video gesehen haben und somit einen relativ eindeutigen Beleg dafür, dass eben tatsächlich hier die richtige Lagerhalle getroffen wurde. Wir haben mittlerweile auch neues Videomaterial, was zeigt, dass weitere Panzer und Schützenpanzer in dieser Halle gelagert wurden und dass die eben auch dann beschädigt und zerstört wurden. Und auch das sehen wir in diesem Video hier, was uns ja nicht bloß diesen einen Monsterpanzer zeigt, sondern eben auch andere, die eben da hinten stehen. Jetzt sieht man es ganz gut an einigen Stellen, dass eben nach vorne gezeigt wird und dass man sieht, dass im vorderen Teil dieser Halle weitere Panzer versteckt werden. Beziehungsweise versteckt nicht wirklich, denn wir haben ja jetzt einmal hier einen Treffer der ukrainischen Artillerie und hier einen Treffer der ukrainischen Artillerie. Das heißt, die Russen haben durch dieses Prahlen, durch dieses Seht mal, wie toll wir sind, was wir für einen tollen Panzer gebaut haben, eben ihr eigenes Ende oder zumindest das Ende ihrer Panzer und Schützenpanzer hier herbeigerufen. Was wir allerdings wissen, was heute ganz neu ist und eben erst erschienen ist, ist, dass die Russen offenbar weitere dieser Panzer gebaut haben und jetzt bereits ein Zweiter in dieser Region auch eingesetzt wird. Das heißt, die Russen scheinen das verstetigen zu wollen und diesen einen, den wir hier sehen, der hier zerstört wurde, hier sehen wir noch mal ganz gut von oben, das war offenbar bloß der Prototyp für weitere dieser Panzermonster oder Schildkrötenpanzer oder wie auch immer man die nennen möchte, die jetzt eingesetzt werden von Russland. Wenn wir noch beim Thema krassen Horrifka sind, dann schauen wir doch gleich weiter, nämlich eben zu einer Aktion vom Sonntag, über die wir gerade schon gesprochen haben, denn nicht bloß dieser eine Panzer wurde eingesetzt, sondern es wurden auch ungefähr 15 weitere Panzer und Schützenpanzer eingesetzt beim Sturm auf Krassenhorifka. Und diesen Sturm, den wollen wir jetzt noch mal genau ansehen, weil er eben sinnbildlich dafür steht, wie die russische Strategie eben funktioniert. Das hier Aufnahmen einer ukrainischen Drohne, die eben diesen Panzeransturm hier der Russen filmt. Und das ist nur die erste Welle. Hier sehen wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs allein Panzer und Schützenpanzer, die hier vorfahren. Das ist die erste Welle von mehreren Wellen, die an diesem Tag benutzt wurden. Erst in der zweiten Welle war dann dieses Panzermonster dabei, was wir gerade gesehen haben. Die erste Welle bestand noch aus klassischen, ja, wenn man so möchte, klassischen Fahrzeugen. Und wir sehen, das ist tatsächlich eine ganze Menge. Die nähern sich jetzt hier krass nur Horrifka und die Ukrainer können gar nicht viel machen. Die versuchen zwar immer wieder, die aufzuhalten und beschießen die eben aus verschiedenen Richtungen. Aber wenn wir uns die pure Masse ansehen, da sehen wir noch mehr als eben gedacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben sind das jetzt hier. Dann ist es den Ukrainern zwar gelungen, einen Teil davon bereits auf dem Weg zu zerstören, allerdings nicht alle. Hier sehen wir jetzt aus einer anderen Perspektive die Bahnlinie, die wir gerade eben gesehen haben. Und jetzt sehen wir eben, wie die Fahrzeuge eben nach Krasnohorifka hineinfahren. Das sehen wir jetzt gleich in verschiedenen Perspektiven. Wir müssen uns da mal ein bisschen sputen hier mit dem Drücken, weil das Ganze im Zeitraffer veröffentlicht wurde, um eben dieses ganze Material auch relativ schnell veröffentlichen zu können. Hier also jetzt die letzten Meter, die die russischen Panzer zurücklegen, bevor sie dann eben ins städtische Gebiet von Krasnohorifka hineinfahren. Wir müssen, wie gesagt, das hier sind datschen Viertel. Das sehen wir auch ganz oft, dass am Rande dieser ukrainischen Städte ganz oft diese kleinen datschen Viertel sind. Das heißt, das sind die kleinen Sommerhausviertel, die eben immer noch da außenrum sind. Aber das Zentrum sind dann eben schon größere Wohnhäuser, wie wir sie vielleicht auch aus Deutschland kennen. Jetzt also hier der Moment, in dem eben die datschen Viertel durchfahren werden. Hier sieht man die Fahrzeuge, die hier kommen. Und hier sehen wir jetzt die ersten richtigen normalen Wohnhäuser von Krasnohorifka. Und die Russen haben das so massiv gemacht. Dieser Angriff war also so massiv, dass man nicht alle aufhalten konnte. Und obwohl die Ukrainer, wir sehen das mit schweren Waffen, jetzt hier auf ihre eigenen Wohnviertel schießen müssen, haben wir trotzdem den Umstand, dass eben die Russen, wir sehen, was das erste große Haus erreicht. Hier sind weitere größere Wohnhäuser. Und jetzt hier diesen südlichen Teil von Krasnohorifka besetzen. Und das Ganze, ja, jetzt sehen wir hier auch diese Kurve, die dann gefahren wird. Und dabei wurden natürlich eine ganze Menge der Panzer und Schützenpanzer zerstört, aber eben lange nicht alle. Und das ist eben ein riesiges Problem. Wir sehen gleich noch ein zweites Video, wo wir dann sehen, wie das Ganze am Tag danach aussieht. Jetzt sehen wir übrigens, wie die Panzer wieder zurückfahren. Das heißt, einige von denen, ja, haben das geschafft, haben es überlebt, sind dann wieder zurückgefahren, die drei bis vier Kilometer eben zurück nach Donetsk. Aber hier sehen wir relativ gut eben eine Drohne, die aufsteigt. Und wir sehen jetzt hier, wie im Süden des, jetzt sehen wir es nochmal, wie also die verschiedenen Fahrzeuge und auch die Häuser, wo die Russen abgesetzt wurden, jetzt beschossen werden von den Ukrainern. Und hier sehen wir es jetzt nochmal relativ klar, dass also nicht nur, wie einige sagen, eben das ein erfolgloser Angriff war, der eben dazu geführt hat, dass einige Panzer eben in die Nähe kamen. Aber das war es auch. Sondern wir sehen, dass die ukrainische Armee ganz klar russische Soldaten in diesen Häusern vermutet und deshalb eben jetzt hier die südlichen Wohnviertel von Krasnohorivka eben mit Kamikaze drohen, angreifen muss. Das Ganze wirklich ein großes Problem für die Ukrainer, weil es einmal mehr zeigt, wie die Russen eben vorankommen und wie sie eben es immer wieder schaffen, auch neue Städte in der Ukraine anzugreifen. Während wir jetzt hier, wie gesagt, die großen Angriffe sehen der Ukrainer auf das eigene Gebiet. Wir schauen uns das Ganze kurz auf der Karte an, um zu verstehen, wie die Russen das gemacht haben. Krasnohorivka, hier eine relativ große Stadt, ehemals 16.000 Einwohner, eben westlich von Donetsk, auch eine der Städte, die schon seit Jahren an der Front liegt. Und den Weg, den wir eben gesehen haben, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, ich hoffe es, ist hier entlang dieser Bahnlinie. Das heißt, die russischen Panzer sind hier losgefahren, sind hier hingefahren und haben sich dann hier im Süden, der jetzt auch rot markiert ist, von Krasnohorivka festgesetzt. Und die Ukrainer konnten das Ganze nur beobachten, sie konnten versuchen, sich zu verteidigen. Aber auch wenn sie es geschafft haben, etwa die Hälfte der russischen Panzer und Schützenpanzer zu zerstören, ist es ihnen eben nicht gelungen, den ganzen Vormarsch aufzuhalten. Und da die Russen eben die ersten, ja was werden es sein, 20, 30, 40 Soldaten eben in Krasnohorivka abgesetzt haben, ist es jetzt eben an den Ukrainern dort wieder anzugreifen, dort eben mit eigenen Truppen reinzugehen, weil sonst die Russen eben auch unter schlimmsten Umständen, muss man schon sagen, und mit minimaler Versorgung eben sich dort festsetzen in diesen Ruinen, auch wenn sie bombardiert werden. Und denen reicht es, wenn da auch nur einer überlebt, um eben in der Nacht dann eben mit Versorgungswegen dann die nächsten Soldaten nachzuschieben und somit eben, und wir sehen es hier auch auf der Karte schon markiert, die südlichen Teile von Krasnohorivka hier also, und die östlichen Teile sind bereits hier unter russischer Kontrolle eingezeichnet von unserem Kartenanbieter. Das Ganze natürlich wirklich ein riesiges Problem für die Ukrainer, die jetzt um eine weitere Stadt kämpfen müssen, in der Stadt kämpfen müssen. Und man muss es so klar sagen, bisher sind alle Kämpfe für die Ukraine verloren gegangen, die um Städte in den Städten selbst eben geführt werden konnten. Solange die Russen noch davon entfernt waren, solange sie eben den Angriff dorthin gewagt haben, haben sie unfassbare Verluste gehabt in den kleinen Dörfern und auf den Feldern dazwischen. Ich glaube, man hat es eben auch ganz gut gesehen. Nichtsdestotrotz, wenn sie es erst mal geschafft haben, in die Stadt sind sie es eben, die Russen, die ihre eigenen Männer opfern. Die Ukrainer wollen das nicht. Und weil sie es eben nicht wollen, ist es eben doch so, dass die Russen dann eben immer stärker die Oberhand in den Städten bekommen. Wir wollen weitergehen und wollen uns mit dem Thema Drohnen beschäftigen. Erst einmal mit russischen Drohnen. Und diese russischen Drohnen sehen wir hier im Einsatz. Und das ist ein ganz interessanter Einsatz, weil er nämlich zeigt, wie innovativ die Ukrainer mittlerweile geworden sind beim Nachbau westlicher Waffen. Was wir hier sehen, ich hoffe, es ist zu erkennen, ist ein, ja, es sieht erst mal aus wie ein Leopard 2A4-Panzer, sogar mit Rohr hier vorne dran. Das Ganze sieht also wirklich sehr realistisch aus und es sah offenbar auch realistisch aus für die russische Überwachungsdrohne. Denn die hat einen Luftangriff dann herbeigeholt durch eine weitere Drohne vom Typ Lancet. Diese Sala Lancet ist eigentlich, man muss schon sagen, die beste russische Kamikaze-Drohne mit einer sehr hohen Zielgenauigkeit und einer Reichweite von 40 bis, manche sagen, sogar 70 Kilometern. Wir sehen also jetzt hier den Anflug auf den Panzer und sehen jetzt hier auch nochmal aus einer anderen Perspektive, man sieht es, hier oben ist gerade die Drohne zu sehen, hier steht der Panzer und gleich fliegt sie da rein. Allerdings sehen wir jetzt gleich, dass es sich eben gar nicht um ein Leopard 2A4 handelt, sondern um ein sogenanntes Decoy, also um eine Attrappe des Panzers und das sehen wir jetzt auch, weil der nämlich ganz seltsame Löcher aufweist da, wo man ihn gerade getroffen hat. Das sehen wir hoffentlich am Ende des Videos jetzt hier, also ganz gut zu sehen, wie dort, wo die Drohne eingeschlagen ist, ja, hier sieht man es nochmal ganz gut, wie also hier viereckige Löcher vor dem Turm entstanden sind und diese Löcher lassen natürlich darauf hin oder deuten darauf hin sehr klar, dass das Ganze eine Holzattrappe ist und dass da eben durch den Einflag der Drohne Holz rausgerissen wurde. Wir haben also keine Panzerung, die hier, die hier zerstört wurde. Wir haben auch kein Benzin oder keine Munition, die brennt, sondern wir haben es eben mit einer Holzattrappe zu tun, die dementsprechend jetzt hier so ein bisschen vor sich hin schmort und eben diese riesigen großen Löcher hier vorne offenbart eben vor dem Turm und auch der, wir sehen es hier, also hier ist ein Loch, hier ist ein Loch und an der Seite fällt die Omas zur Seite. Das heißt, das sieht überhaupt nicht aus wie ein Panzerschaden, sondern das ist relativ klar, dass es sich hierbei um eine Attrappe handelt. Nichtsdestotrotz, man kann jetzt erstmal sagen, warum machen die Russen das, warum veröffentlicht die sowas überhaupt, das ist ja ein völliger Fehlerfolg, das ist es nicht, denn so eine Sala Lancet kostet, man schätzt so um die 35.000 Euro pro Stück, so eine Attrappe kostet ebenfalls mehrere 10.000 Euro, wenn man sie ordentlich baut und herstellt und auch da sind die Ukrainer natürlich am Produzieren, das heißt Leopard 2-Attrappen, wie wir sie hier sehen, werden auch durchgehend produziert, aber auch das dauert natürlich einige Wochen pro Stück und insofern kann man es trotzdem als sehr geringen, aber doch schon als Erfolg der Russen bedeuten, die natürlich auch klarstellen müssen, wo stehen dann Attrappen und wo stehen echte Panzer, wo müssen wir nur reinfliegen, um die Attrappe kaputt zu machen und auf einer Karte zu markieren, da müssen wir nicht mehr hin, da müssen wir auch keine Angst vor haben, an dem können wir einfach vorbeifahren und wo ist eben der Fall, dass die Ukrainer tatsächlich einen Leo 2 A4 zu stehen haben, wie in diesem Fall und wo müssen wir dann extrem aufpassen und müssen den tatsächlich dann so lange bekämpfen, bis er außer Gefecht gesetzt ist. Insofern auch für die Russen natürlich so ein kleiner Propagandaerfolg, sagen wir es mal, eine Attrappe eines in Deutschland produzierten Panzers hier zerstört zu haben. Und beim Thema Drohnen wollen wir bleiben, zum ersten Mal mit einem Video, was ja, ziemlich kurz ist, wir haben es aber dann nochmal reingezoomt und verlängert, denn was man jetzt hier sieht, hier unten, das ist eine ukrainische Drohne und zwar ein Quadrokopter, aber wir sehen gleich, das ist ein ganz besonderer, nämlich nicht so ein kleiner, nicht so eine FPV-Drohne, sondern das hier ist eine riesige Transportdrohne, die offenbar ein Transportgewicht oder eine Masse von ungefähr 10 Kilo bei sich trägt und diese 10 Kilo sind zur Hälfte die Batterie und zur anderen Hälfte aber Sprengstoff. Denn was wir hier sehen, ist ein großer russischer Unterstand, ein Bunker, eine befestigte Stellung, die hier vorne eben einfach nur diese Luke hat, um rein und raus wahrscheinlich zu gucken, wenn wir uns das ansehen, hier ist wahrscheinlich der Eingang des Bunkers und hier ist eben eine der Schießscharten, aber diese ukrainische Drohne fliegt jetzt hier rein und die ist eben mit massig Sprengstoff beladen, einige Kilo sind das auf jeden Fall und wir sehen deshalb hier diese wirklich wahnsinnig große Explosion, das Ganze nochmal in Zeitlupe, um zu verstehen, was das hier ist und jetzt können wir uns am Ende noch einmal ansehen, das ging jetzt ein bisschen schnell, wir können uns das noch einmal ansehen, um zu sehen, dass es wirklich eine sehr große Drohne ist, jetzt sehen wir sie hier nochmal, hier also die vier Rotoren außen heran, hier oben zu sehen, wahrscheinlich die Batterie und hier dieser große Brocken, der darunter hängt unter der Drohne, das ist eben der Sprengstoff, der hier ins Ziel befördert wird. Insofern das Ganze natürlich aus der Not geboren, die Ukrainer würden natürlich gerne Artillerie oder Ähnliches für sowas benutzen, das haben sie aber einfach nicht mehr, sie haben vor allem keine westliche schwere Artillerie mehr und deshalb müssen sie sich eben auf solche wahrscheinlich ursprünglich für den Transport vielleicht von Waren oder Ähnlichem gebauten großen Quadrokopter beziehen, um eben russische Ziele anzugreifen. Und es gibt natürlich auch Hexakopter und Oktakopter und so weiter, die also dann immer mehr immer mehr Propeller haben oder Rotoren haben und die können auch immer mehr transportieren. Nichtsdestotrotz auch solche Fahrzeuge hier oder fliegenden Fahrzeuge, muss man ja sagen, werden eben von den Ukrainern mittlerweile benutzt, um russische Bunker zu sprengen. Und das Ganze natürlich schon etwas Besonderes, wenn man weiß, dass diese Bunker vorher ganz anders angegriffen wurden. Wir wollen einmal kurz nach Russland schauen und zwar in den Ort mit dem schweren Namen Boris Soglebsk in der Region Voronezh. Und diese Aufnahmen sind bereits zwei Tage alt. Wir haben sie allerdings noch nicht bisher gesehen. Und sie zeigen auch einen ukrainischen Langstreckendrohnenangriff und zwar auf diese Stadt in Voronezh. Und das Ganze soll ein Ausbildungszentrum sein für russische Piloten. Und wir sehen jetzt einfach mal die Flugabwehr. Wir sehen also immer wieder diese Maschinengewehrschüsse von schweren Gewehren, die eben in die Luft gehen. Wir sehen aber dann eben zentral die Explosion der ukrainischen Kamikaze-Drohne, die jetzt hier eben eine große Explosionsfolge auch hinter sich herzieht. Aber das Ganze ist eben sehr gut zu erkennen. Das Ganze eben, wenn man so will, objektiv aufgezeichnet durch eine Überwachungskamera. Und wir sehen eben genau das von dort, wo eben geschossen wird, wo das militärische Ziel ist. Dort ganz nah explodiert eben kurz danach diese Drohne und richtet dort Schaden an in der russischen Militäreinheit. Das Ganze, wie gesagt, in Russland. Wir wollen jetzt jetzt Aufnahmen ansehen aus der Ukraine, ebenfalls von Drohnen, die eingesetzt werden. Aber das, und das kann man schon mal verraten, sind ganz besondere Drohnen, die bislang noch so überhaupt nicht im ukrainischen Einsatz waren. Wir schauen uns das Ganze an. Wir haben nämlich hier jetzt Aufnahmen, und wir sehen das relativ gut, vom SBU. Und der SBU ist der, als einer von zwei ukrainischen Geheimdiensten, nicht der Militärgeheimdienst, sondern der allgemeine Geheimdienst. Und hier haben wir russische Flugabwehr, die in dem Moment auch gerade Raketen abschießt, hier vom Typ Buk M2. Und wir sehen jetzt gleich, dass diese Flugabwehrgeschütze nacheinander angegriffen werden, und zwar durch eine ganz besondere Drohne. Hier sehen wir also den eingeklappten Radar dieses russischen Buk M2-Systems. Und wir sehen in der Mitte, und das ist eben relativ neu, diesen roten Zielcursor, der eben auch immer wieder justiert wird. Das heißt, der Kurs der Drohne wurde justiert, um tatsächlich hier das fahrende Fahrzeug zu treffen und eben anzugreifen. Und das Interessante ist, und da müssen wir mal ganz kurz zurückspulen, ist, dass die Ukrainer eben teilweise den Anflug ihrer Drohnen, müssen wir uns mal hier darauf konzentrieren, von hier fliegt die Drohne an, in die Richtung. Dieser Anflug wird teilweise gepixelt in den Videos. Warum wird der gepixelt? Weil die Ukrainer offenbar nicht ganz verraten wollen, was sie hier einsetzen. Die Antwort liefern wir allerdings gleich. So, hier also die gepixelte Drohne, die sich eben unter, ja, wie gesagt, einem relativ großen Pixel eben darauf zubewegt. Hier sehen wir ein zweites Radarsystem, auch gehört zum Buk-System dazu. Das fährt gerade, das hat sogar den Radar ausgefahren. Nichtsdestotrotz bewegt es sich und wird ebenfalls von einer ukrainischen Drohne getroffen. Und jetzt sehen wir ja auch, wie die Besatzung flieht und dieses mehrere Millionen Euro teure System hier zerstört wird. Und jetzt sehen wir ein weiteres, das ist ein Tor M2-System, was ebenfalls angegriffen wird, auch wieder von einer, wie eben gesehenen Drohne. Jetzt sehen wir nochmal ganz kurz, was da von oben kommt. Das ist jetzt so weit weg, dass es nicht gepixelt werden muss, weil es eben nur ein weißer Punkt ist. Aber hier, ich hoffe, man erkennt es, hier ist er zu sehen. Er nört sich von oben und rast eben auf dieses System dort vom Typ Tor zu und trifft dann auch frontal. Beziehungsweise direkt von oben, ja, vertikal. Ein weiteres Buk-M2-System, was ebenfalls gesehen angegriffen wird. Und hier sehen wir auch mal, wie der Kurs justiert wird. Vielleicht sieht man es ganz gut. Hier also das Fadenkreuz, wenn man so möchte. Und hier das, was man treffen möchte. Und diese beiden versuchen eben aufeinander zu kommen. Das Fadenkreuz wird eben da rein, bewegt in das grüne Symbol, sodass eben der Anflug dann auch perfekt gelingt. Das Ganze tun sie immer wieder. Und die Frage ist natürlich, wie machen die das? Wie schaffen die das, russische aktive Systeme eben immer wieder anzugreifen? Und die Antwort liefern wir dann gleich am Schluss. Das übrigens hier, ganz gut zu sehen, ist der einzige Angriff, der nicht mit einer dieser neuen Drohnen passiert, sondern das ist eben, man sieht das hier an diesen Kabeln, die hier vorne, beziehungsweise an dem Berührer, ja, an dem Sensor, der die Berührung registrieren soll. Das ist eine FPV-Drohne. Alle anderen allerdings sind eben durch diese sehr neuen Drohnen genutzt worden. Und bei diesen Drohnen, während wir jetzt gleich noch mal zwei weitere Angriffe sehen, handelt es sich offenbar um eine sogenannte RAM-X-Drohne, also R-A-M-X-Drohne. Und das wäre eine Drohne, wenn es dann so ist, wenn wir das alles so sehen, die einer russischen Drohne nachempfunden wurde. Und zwar der Lancet. Die Lancet, die wir eben gerade gesehen haben im Einsatz gegen die Leopard 2A4-Attrappe. Die beste russische Drohne, die mächtigste Waffe eigentlich, die Russland hat, mit der Russland in den letzten Monaten nicht nur Panzer, nicht nur Artillerie, sondern sogar Flugzeuge, ukrainische Flugzeuge am Boden angegriffen und zerstört hat. Mehrere Su-25 waren dabei. Und offenbar hat die Ukraine es jetzt geschafft, diese russischen Drohnen, die besten Drohnen, die Russland hat, nachzubauen und selber eben einzusetzen. Und darauf lässt eine ganze Menge schließen. Zum einen, dass verschiedene Experten gestern den Anflug sich hier angesehen haben und dass daraus Geschlüssel verleugert haben. Zum anderen, dass wir es mit einer Verpixelung zu tun haben, der eine Verpixelung eben teilweise der Anflüge und zum Dritten auch mit der Art von Zielen, die ja alle sehr weit hinter der Front stehen müssen. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall Distanzdrohnen, die benutzt werden und eben teilweise auch sich bewegende Ziele. Und dass sie trotzdem erreicht werden können, spricht eben sehr dafür, dass hier ein Mechanismus eingesetzt wird, der eben der Sala-Lancet entspricht. Spitznamen wie gesagt, Ukro-Lancet, also die ukrainische Lancet-Drohne, aber eigentlich ist der Name wohl Ram-X. Wie gesagt, hier ein weiterer Anflug auf ein Tonguska-System und interessanterweise, wir sehen es vielleicht hier unten, fährt hier gerade ein Fahrradfahrer vorbei, der hat Glück im Unglück oder die Ukrainer sehen das auch und man weiß ja nicht, wie sie sonst gehandelt hätten, aber der kommt gerade noch so vorbei und dieses Tonguska-System steht da eben und wird jetzt hier direkt angegriffen von dieser Ram-X, die eben hier im Anflug ist. Auch hier nochmal gut zu sehen, der Fahrradfahrer von eben jetzt aus anderer Perspektive fährt jetzt hier weiter, hier das Tonguska-System, hier unten weiteres Fahrzeug, was sich da bewegt, das heißt, da wird auch nur das militärische Ziel getroffen und nicht etwa Zivilisten. Wir sehen jetzt auch gleich den Anflug von links der Drohne und dann den Einschlag. Und von dieser Ram-X oder Ukro-Lancet, wie sie einige nennen, gibt es auch schon einige wenige Fotos und die können wir uns jetzt einmal ansehen. Bisher gibt es nur zwei, die ich dazu gefunden habe. Das ist das erste, das wurde im Februar veröffentlicht, ist aber wahrscheinlich schon aus dem letzten Herbst und hier sehen wir dieses, ja, dieses seltsame Drohnengeschöpf und was sie ganz ähnlich hat eben zur Sala-Lancet sind die acht Flügel. Das ist eben sehr einzigartig. Wir haben hier, wie gesagt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Flügel insgesamt, die diese Lancet hat, um sie zu stabilisieren. Wir sehen aber auch zum einen an dem Kennzeichen hier unten und zum anderen auch natürlich an dem, was hier steht, dass es sich hier um ein ukrainisches Gebiet handelt, wo eben diese Fotos gemacht wurden, und wir sehen auch an dieser Lancet, dass die hinteren Flügel ein bisschen kleiner sind als bei der, bei der Originalen, wenn man so möchte und dass auch die Kamera hier vorne anders aussieht als bei der Originalen. Das heißt, einige Unterschiede sehen wir schon und gucken uns jetzt nochmal ein zweites Foto aus dem Winter an und daran erkennt man eben, hier sehen wir es, dass eben die Ukraine tatsächlich über irgendeine Art Nachbau der Lancet verfügt. Und wie ist die Ukraine da rangekommen? Ich glaube, die Antwort ist relativ einfach. Man hat ja mit elektronischer Kriegsführung oder weil sie einfach nicht funktioniert haben im Laufe der letzten Monate und Jahre eben einige Dutzend russische Lancet abschießen können, wenn wir uns hier nochmal die insgesamt acht Flügen natürlich ansehen können. Und man konnte sich daran sozusagen orientieren und konnte die dann nachbauen. Und das ist offenbar gelungen, das haben die Ukrainer gemacht. Man weiß, man wusste bislang nur von Versuchen, also von eben ersten Tests eben, die nachzubauen. und dass es eben rein ingenieurstechnisch gelungen ist. Die Ukraine hat aber schon vor Monaten angekündigt, dass sie auch in die Massenproduktion gehen möchte von diesen neuen Drohnen. Und wir wissen, dass der SBU, also der ukrainische Geheimdienst, eben sehr technisch versiert ist und auch mit zu den ersten gehört, die eben neue Technik gegen die russischen Invasoren einsetzen. Und insofern ist es eben sehr wahrscheinlich, dass das Ganze, wenn wir das alles zusammenzählen, die ganzen verschiedenen Puzzleteile eben tatsächlich bedeutet, dass die Ukraine Russlands mächtigste Waffe kopiert hat, nämlich diese ganz besondere Drohne und eben jetzt auch einsetzt im Kampf gegen die russischen Invasoren. Insofern versucht die Ukraine weiterhin aus ihrer großen Not, nämlich dem extremen Munitionsmangel aufgrund westlichen Versagens eben eine Tugend zu machen und eigene Waffensysteme zu entwickeln, die sowohl, was die Stärke angeht, als auch was die Reichweite angeht, als auch was die Präzision angeht, wir haben das alles gesehen, eben diesen Munitionsmangel und diesen extremen Munitionsbedarf eben wettzumachen.